was ist denn jetzt los kommen jetzt die stürmen die stürmen das gebäude offizierchen ist auch tot irgendwo ein scharfschütze der sind noch richtig viele ich will ja auch töten aber die blöden bastarde laufen ja immer so wie ich nicht möchte weg 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 Munition knapp auch nö hinter uns ist keiner mehr von der seite schießen die auch noch wo ist der wichser da komm komm hoch komm hoch aber ein kopfschuss helm ist helm ist weg kommt zeigt die mutter fucker wir dauern höchst mich doppelt nieder keine patronen mehr alter ich habe auch nichts mehr wie gesagt ich habe ich keine munition mehr ja toll acht schuss habe ich aus den typen jetzt raus oder kommen wir das war ein scharfschütze ne lauf 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 zu den geschützten hierhin wir müssen die nur ausschalten beide ach zwei schutz sind scharfschützen gewähr jetzt sehr schön das number one immer 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 das tötet mich ich habe mich nicht zu weit entfernt von auch nö zwei schuss wieder nur gehabt alter meine munition ist fast alle kommt zeig dich motherfucker oder gibt es noch andere motherfucker hier irgendwo alle so weit weg die munition lädter jetzt die velrott nach doppelt kill hast du es gesehen aber einer mit panzer faust glaube ich das ist noch eine unterhaltung ist ja mehr munition wo nicht die granate neu ist im schuss für die dienst ist wieder nur da und ist aber noch irgendwo ein gegner denn für ein glück habe ich mache kurz hier sprengsatz dran also das rücksackladung da habe ich irgendwie genug von mir weiß nicht wieder und dann hat man davon okay so dann nach oben gehen informationen finden eigenen also will ab blablabla blablabla wo können wir eigentlich her laufen oder kommt von oben welche zwei lutto fast keine kugeln mehr noch keine schuss mehr im sniper schon wieder mal ist ja fisch ja immer über die leichten laufen ja mach ich schon die ganze zeit aber da kriegt man auch nicht viel kriegt immer noch fünf schuss ja das tat weh oder sind da schon wieder natalie da kam gerade natalie rakete das ist ein panzer oder der panzer der dreht sich wie macht man den weg hier ist ein haus hier ist ein haus hier ist ein haus hier muss man doch irgendwie kaputt machen können los lauf jetzt nicht getroffen werden nicht getroffen werden nicht getroffen werden auch noch mal glück gehabt ach hier ist irgendwo informationen sammeln da ist die informationen zack ok einer kommt in den bunker rein warte mal wir können unterirdischen gang hier weitergehen bei hier bei mir bei mir genau hier her wir bräuchten am besten mal so eine waffenkammer ja was ist das hier für ein raum hier geht eine treffe kamera gut wir müssen ja in dem sinne jetzt nur noch kasseler finden wir brauchen munition für kasseler mit grünkohl mit 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 was halten die aus wir müssen aufpassen nicht dass das geschützt ist wieder hier ganz schnell ganz schnell und sofort hoch weiterlaufen wir laufen gerade zwischendurch wir könnten eigentlich ach du scheiße hier sind richtig viele ja das soll sein ich suche mal hier den tunnel 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 ist immer gut da oben reichsateln ist sehr schön oh ja läuft bei uns wo sind die gegner die müssten doch hier irgendwo sein hier sind sachen boah so abgemm ne warte mal kommen wir denn hier raus wieder warte mal ich guck mal kurz ja wir müssen den gang glaube ich hier weiterlaufen aber wie viele sind bereits verschifft worden fällt ja auch nicht auf ey oder ist den gang ne warte mal hä verstehe ich hier zwar nicht aber gut aber jetzt auch noch information warte mal hier sind auch noch zwei sachen die wir machen können notizen finden kurz und sabotieren hier und dann sabotier du mal und ich mag hier Dings ähm Informationen sammeln wuchser lang wieder anbringen dieser schuss gehört eva braun eine sache habe ich sabotiert nicht sabotage ist auch wechsel allerdings zerstört das ist weißt es gibt es doch nicht kopfschuss mhm 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 es ist ja wirklich ein bisschen an sniper elite 2 war das gleich noch wo wir in diesen Waffen linkses waren wieder ja kommen die denn alle her habe ich auch so schlecht und immer da hat einer ein dickes das ist nicht so cool wenn jemand so ein dickes gewähren hat nur ich sollte so eins führen rauslaufen rauslaufen kommt die löst die merken das nicht ich bin fest oh das ist so hart was machst du mir was machen wir hier ich muss mich kurz verbinden entschuldigung du sprichst auf g da kommt ein ähm so sniper rausholen die arschliche aber was überlebst du so ein headshot digger 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 voll die unsprache voll jetzt ey digger was überlebst du so ein headshot digger so easy kann doch nicht sein hier ganz ehrlich ey wo sind die denn da oben wo sind die denn da oben ja schön digger was los digger oh oh das ist ein doppelter alter das war so ein mg schütze hier holy moly okay und hier ist irgendwo herr doktor schulz landsberg hässler sein dörter becker oh mhm 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 ja das siehst du meine lichtern wenn die so weit weg sind überall schlaft sitzen habe ich das Gefühl warte warte natürlich die frage ich sehe hier keine gegner das ist das problem ich sehe da ist einer hier sind noch viel mehr mhm 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 über uns. Machst du den? Pass auf Paul, pass auf! Da ist einer, das ist Raketenwerfer? Wo ist der denn? Da ist die Leverbacke. Hab ihn. Nice. Der ist über uns und auf welche. Ich gehe mal kurz hoch. Dann hole ich mir. Äh, okay. Nicht hier. Noch weiter oben. Ne, ist gar keiner. Hä? Wo ist hier unten noch? Ach, da. Guck mal einen an. Ah, ha, ha. Das war ich nicht. Das war ich. Warte mal, da unten. Irgendwo da ist einer. Ja, sehe ich. I see you. Du hast aber auch mit dem Gebiss, ne? Hm? Du schießt dir meins Gesicht sofort. Ey. Weißt du, das Gesicht sollte von der Leiche wenigstens noch erkennbar sein. Aha. Oh, fünf Schüsse. Boah. Bam. Aber unter, irgendwo ist hier unter uns einer. Aber ich, ich, ich seh ihn nirgends wo. So, Kesslers Entführung. So, jetzt müssen wir erstmal hier den Kessler finden. Kesseler. Kesseler? Wer schießt denn da auf mich? Oh, hinter uns. Sniper. Nice. Kesseler. Lebertreffer. Oh. Kesseler. Andreas Kesseler. Herz und Teufel sind sie. Ach da. Der liegt hier. Ah, den müssen wir gar nicht töten. Bin ich abtrünig geworden? Da kommt einer gleich. Der ist jetzt hält sie für ziemlich wertvoll. Ich hoffe, die haben recht. Komm her, komm her, komm her. Er kommt aber nicht mit. Er liegt hier einfach in seinem Bett. Ja, kommt er. Was ist jetzt? Ja, aber der Typ steht hier auf. Hä? Hallo? Jetzt soll der auch gar nicht mit. Dann müssen wir jetzt einfach weg. Ach so, ja stimmt. Anlage neutralisieren. Wo kann man denn theoretisch jetzt finishen? Gar nicht. Okay, wir müssen erst die Waffen zerstören. Okay. Das ist eine Lampfmaschine. Da kann ich mir auch die Munition haben, Junge. Da ist doch irgendwo noch... Och, du Scheiße. Ah, machen wir mal hier ein Schnitzel fest. Aber manchmal bleibt der an so einfachen... Ähm... An so einfachen... Ähm... Steinen und so. Bleibt der so hängen, ey. Das riecht mich so auf. Mach du hin. Ja. Okay, ich bin gleich down. Geh weg da, geh weg da, geh weg da. Ja. Haben die jetzt genug? Weißt du es jetzt ein bisschen? Die Deutschen schon wieder. Ich habe aber kein Medikid, wie ist das Problem? Ich auch nicht. Verdammt, ich habe mich verloren. Was hast du da gerade gesagt? Er hat Erwin ausgeschaltet. Ja, meinen Verletzten hat er gesagt. Oh, Kopfschuss. Was ist denn? Was liegt da denn? Uh, Information. An Eingang. Klopf, klopf. Der ist da? Hallo? Das Übertragungsterminolier ist die Sagerale. Ziemlich kompliziert. Wenn ich das Ding sabotiere, sind sie auf Monate lahmgelegt. Ich muss nur leise sein. Wie? Hä? Bei mir war ein Schalter. Achso. So, was ist das da? Ringstand? Jetzt müssen wir Kressel abholen. Jetzt stand da gerade Ringkressel abholen. Ja, ja, machen wir auch, machen wir auch, weil ich habe jetzt keine Lust hier, noch den anderen Geschützturm da. Ich habe noch ein bisschen Leben, also ich darf jetzt nicht mehr viel kämpfen. Ich auch nicht. Wieder eine ganze Insel ausgerottet, ey. Oh, nochmal, ne? Mit zwei Leuten. Darum sage ich ja, das fühlt sich so an wie Taken. Von, mit Liam Neeson, na? Der einfach irgendwo hingeht und... Ich bin ein kostbares Pflänzchen. Ich bin ein kostbares Pflänzchen. Nimm mir mit. Nimm mir mit. Das hat aufzustehen. Ach so, das ist ein dicker. Sieht aber nicht deutsch aus so richtig. Ganz ruhig. Ich soll jener, glaube ich. So schlecht kannst du ja gar nicht gegangen sein, eigentlich, na gut, boah, genau, wir haben 102 Kills gemacht, 102 Dings haben wir getötet, das finde ich schon aller allerhand, ich mach mal kurz auf weiter, ich möchte mal gerne mal so Waffensachen bekommen, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt nie irgendwelche Sachen bekommen, dann sind wir dafür zu schlecht, ja hallo, ab welcher Stufe kriegt man denn was, guck mal hier Bewaffnung, wenn du jetzt auf Dings gehst, so jetzt Sniper das auswählst, gut wir haben zwar Sniper Gewehre, die wir echt, wir haben echt viele, aber ich will halt hier Dings haben. Vielleicht kommen die ja auch noch. Verstehe ich nicht. Na gut, da will ich euch trotzdem sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Sniper Elite 4 mit dem Big Mana. Und dem Minoviva. Und ja, wir schauen mal, ob wir das Spiel komplett weiter zu Ende zocken oder ob wir sagen, nee, wir haben Bock auf was Neues, ja. Weil es wird, muss ich ganz ehrlich sagen, bisschen langweilig. Es sind noch zwei Levels, die wir machen müssten, ja. Wir schauen einfach mal, ja. Vielleicht bringen wir die nochmal so raus, aber vielleicht dauert es auch erst mal noch eine längere Zeit, bis wir es nochmal aufgenommen haben oder sowas. Keine Ahnung, also es kommen jetzt nicht plötzlich dann nächste Woche die nächsten und dies und jenes, ja. Müssen wir mal schauen. Was natürlich als nächstes Spiel kommt, das macht natürlich wieder uns, denke ich mal, Spaß, ja. Wir machen es natürlich auch nur Testweise am Anfang, um zu gucken, ob das Spiel überhaupt klappt. Aber wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.